Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit Xyra on Tour und Avonaccio. Der Bett ist leider nicht da, aber wir haben die 14.6 gerade bekommen. Die ist vor 10 Minuten reingedroppt. Deshalb, ja, UI geht auch noch nicht. Wir spielen jetzt gerade ohne. Passt, geht ja, machen andere ja auch so. Und, ja, zwei gute Nachrichten, was die Zombie-Fixes angeht. Dieser Bug, dass nach Tag 49 jede Nacht eine Feralhorde gespawnt ist, das ist wohl abgestellt. Und sie haben die Kreischer geändert. Mit jedem Kreischen wird so eine Mini-Horde herbeigerufen. Und es können auch sein, dass in dieser Mini-Horde neue Kreischer sind. Alle 20 Sekunden rufen die welche ran. Also, man sollte sie lieber abknallen. Und das wirklich schnell. Ja. Können wir? Ein Crossbow konnten wir jetzt noch nicht, oder? Nee, leider noch nicht. Nee, ich wollte ja an sich, wie kriege ich denn jetzt meine Skill-Punkte nochmal nach oben verflucht? Wie machen wir das denn? Muss aufwerten, ist am schnellsten, wenn du Dring-Punkte brauchst. Ja, stimmt. Sachen aufwerten. Das ist sehr schnell, ja, ja. Dann, äh. Mach ich das doch mal. Ey. Muss nur aufpassen, dass du kein Metall in der Tasche hast vielleicht. Nee, das hab ich ja auch raus. So. Also, wir wollten, ähm, was machen wir denn jetzt? Also, wir haben kein Wasser gefunden, ne? Nee, stimmt. Wir haben nur ein Kellerwasser, hattest du doch gesagt, oder nicht? Ja, ja, genau. Ja, das ist doch das Einzige, was uns bleibt. Wir sind ja am Überlegen gewesen, wir hatten eben schon mal drüber gesprochen. So müssen wir am Überlegen gewesen, ob wir nicht irgendwann doch nochmal woanders rumsuchen, aufgrund dessen, dass wir den Spielstand mitnehmen können. Ja, dass wir den Spielstand mitnehmen können, das würde ich mal behaupten, kannst du mir denn ja vergessen. Das ist, erst mal hat er die Aussage nicht in den Stall gemeißelt, sondern schon mal wieder fast komplett revidiert. Das ist doch. Weil er sagte, er hat geschrieben, äh, gleich zwei Tage danach, ach ja, wollen wir erst mal gucken, meine ich, dass er das geschrieben hat. Und zweitens, ähm, wenn die irgendein neues Item reinbringen, dann wirst du dieses Item nicht kriegen, außer du startest, naja, wenn unser Kartentrick funktioniert, ne? Also, du hattest ja diesen Kartentrick. Ich würde mich da noch nicht drauf verlassen. Mhm. Also, das probieren wir natürlich, ne? Das war, die Map löschen dann, ne? Bis auf den Teil, wo wir gebaut haben, ne? Ah ja. Ja. Aber ob das wirklich so klappt? Ja, gut, das bleibt natürlich offen, das wissen wir erst, wenn wir es probieren, aber ach, das klappt schon. Nur die Frage, ob wir jetzt das komplette Gameplay davon abhängig machen wollen, ob die irgendetwas einhalten, was die vor 17 Monaten versprochen haben. Ja, vor allem, weil man ja weiß, wie gut sie ihre Sachen einhalten. Er hat es, wie gesagt, schon relativiert. Wir anfangen ja jetzt, denke ich mal, dann erstmal an, mit Scrap Iron so eine Hütte zu bauen. Und, äh, Häschen. Häschen, nein, Schweinchen tot. Wer lootet das Schweinchen? Ich habe meine Frames reingepackt. Ich bin unterwegs. Wir haben 608, 609 Scrap Iron Frame. Ich glaube, das reicht, um etwas damit zu bauen. Ja. Würde ich sagen. Und ein Vergläser noch da unten. Und Scrap Iron selbst haben wir auch reichlich, Abo. Also, ich bin jetzt auf dem Weg zu unserem alten Haus, da haben wir ja, glaube ich, auch noch Frames. Das ist ein Unterschied, ne? Wie du setzen kannst halt. Ja, ja. Also, so in der Wand mal eine Reihe Scrap Iron hochziehen, ist bestimmt nicht falsch. Das können wir wohl auch tun. Ich bin, wo ist denn das Schwein verändert? Das sind Sachen, die überlasse ich euch. Ihr seid verantwortlich, dass mir nachher nicht das Dach auf dem Kopf fällt. Da können wir sowieso nichts dafür. Das ist dann Sache von Asterix und Obelix. Genau. Ach nee, das war der Himmel, ne? Das war der Himmel, ja. Ich weiß gar nicht, was ich gerade mache. Ich bin total unproduktiv gerade. Ich gehe mal in den Keller und hole Wasser. Fertig. Okay. So tust du wenigstens was. Genau. So, haben wir denn hier einen Bauplatz jetzt schon? Ach, wo hast du aber mal irgendwie ein Auge drauf geworfen? Wir hatten jetzt einmal grob alles abgeguckt, weil hauptsächlich waren wir jetzt nach Wasser am Gucken. Ja. Weil ich würde einfach ganz gern, deswegen mache ich jetzt diesen Kram hier gerade, einfach mal ganz gern Quality Show endlich hoch haben und dann würde ich ganz gern nochmal in die Stadt rein und würde mal gucken, ob wir da so ein Buch rein haben. In die große, ne? Wobei, nee, Quality Show ist doch für den Buchladen uninteressant. Für den Buchladen ist es uninteressant, nur wenn du einen Shotgun-Store brauchst. Stimmt, da kann ich doch direkt mal gucken, ob wir dann vielleicht mal so einen Kursbau oder sowas kriegen. Das könnte man machen. Wollen wir einen Ausflug in die Stadt machen erstmal? Ich bin gerade irgendwas weitergekommen. Oder halten wir den Show? Aber du bist jetzt seit drei Folgen unterwegs, wenn du da hinläufst, denke ich mir, oder? Nicht drei Folgen unterwegs machen. Oder meinst du, du kriegst es einer hin und zurück? Ich denke mal schon. Hast du Kaffee mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Das ist keine gute Idee gewesen. Hättest du machen müssen. Nee, aber kriege ich trotzdem hin. Bekomme ich trotzdem in einer Folge hin. Ich will ja nur erstmal das Wichtigste mitnehmen. Ich will jetzt nicht jeden Stein und jedes Fiberfaserchen mitnehmen, sondern erstmal das, was wir so brauchen. Ich würde sagen, ich sprinte dann mal in die Kleinstadt. Besser denn, ist er dagegen. In die Kleinstadt? Welche Kleinstadt denn? Ja, die im Norden. Dann bist du ja auch bei Xur zu Hause. Also, ich meine, da läuft sie jetzt auch eine ganze Folge nach oben, bis du wieder da bist. Alle lassen sie well allein. Nö, können wir machen, aber wir haben hier nebenan die große Stadt. Ach so. Also, in dem Augenblick, wo wir hier runtergezogen sind, betrachte ich die Kleinstadt jetzt eigentlich als erledigt. Wo ist denn das? Dann hätten wir nicht runterziehen müssen. Ja, ja, das ist schon richtig. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn da? Jetzt musst du sich erstmal einen Überblick verschaffen. Einfach der Straße nach Norden folgen, die bei uns vor der Tür ist, dann läufst du direkt in die große Stadt. Ja, ja, ich glaube, habe sie auch schon markiert. Habe ich ja schon markiert. Aber da ohne eine Waffe reinzugehen, ist auch keine gute Idee. Oh, ich habe eine Waffe. Kann jemand einen Spike-Klapp herstellen? Ich glaube, auch nicht. Nein, nein, deswegen wollte ich da ganz gern mal einmal hinbügeln. Kann ich überhaupt einen Klapp, einen anderen mit Metall, Barb-Klapp? Ach so, den Reinforce kann man so herstellen. Ja, den mit dem Stacheldraht entwickelten. Ja, den habe ich, glaube ich, auch. Und der ist auch gar nicht mehr so gut. Ja, aber ich habe nur Levels 248. Ich bin jetzt gerade, ich fühle mich gerade genötigt, jetzt gerade noch mal eben echt zu skillen. Muss ich sagen. Fühlst du dich genötigt? Ich weiß gar nicht. Also ich habe den 249, das ist mir da jetzt stark. Wo geht es denn jetzt hier runter? Ach da. Wolltest du mitkommen? Ja, klar, dann lasst du doch nicht alleine. Du brauchst doch, wir können uns ja gegenseitig Rückendeckung geben, weißt du? Da muss ich ja mal kurz gucken. Ich sollte vielleicht noch was essen oder zumindest was zu essen mitnehmen. Jetzt mit dem Ding ist natürlich auch doof. Wenn wir uns jetzt satt essen, dann haben wir eigentlich alles. Ja, wir finden ein... Geh mal ran, ess du mal was. Ich will mal gucken, wie satt bin ich denn jetzt? 50 Prozent. Wasser ist bei mir schlecht. Ich verdurste gerade. Na, Wasser haben wir aber noch. Ja, ja. Ich habe auch gerade Neues gekocht. Und voll. Stimmt ja, du warst ja im Keller. Mit welcher Taste komme ich direkt in das Charaktermenü, weiß das jemand? Nee. Nee. Ich habe bei mir alles umgelegt, so. Also ich bin soweit. Moment. Ich hätte das vielleicht auch mal alles umlegen sollen, denn wüsste ich zumindest, wie ich das bei mir schaffe. Warte mal, neues Knochenmesser. Haben wir noch Knochen? Bestimmt. Bestimmt. Müssten wir haben, ne? Ja. Ach klar, haben wir Knochen. Du hast doch so lange auf den Zombies da eingeschlagen. Wenn die da schon am Boden gelegen haben. Ja. Du erinnerst dich dran, ne? Waage. So, Sekunde, ich esse mich. Wir haben ja noch Fleisch, aber das hat noch nicht gekocht. So, ich habe mich jetzt auch komplett satt gegessen. Dann packe ich das zurück. Kann man eigentlich die Knochenmesser auch einschmelzen, dann? Oder nur die Knochen selber? Ich glaube, nur die Knochen, du. Okay. Abo, hier. Warte, fünf Bandagen, oder brauchst du keine? Nö, ich hab. Du hast? Mhm. Gut. Ich wollte gerade sagen, Abo brauchst du was wie Bandagen nicht. Warte mal, die Schaufel brauche ich aber nicht. Ich schmeiße mal ein paar Sachen weg hier. Ich brauche die, die Schaufel brauchen wir nicht. Ach, wer weiß. Wenn an die anderen Waffen ausgehen, dann kann man auch mit der Schaufel mal einen über der Kelle geben. Na, nee, 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 nee. Eisenschaufel haben wir jetzt, haben wir, wir haben doch hier auch Forges gehabt, ne? Warte. Ich muss uns noch ein bisschen Metall rausziehen, damit wir unser Werkzeug reparieren können, sonst wäre es ja blöd. Hm, stimmt, Ironforge können wir da verbrauchen. Hm? Ironforge, das habe ich jetzt nicht mit. Da könntest du mir tatsächlich mal so zehn mitbringen. Forged Iron. Dann mache ich mal 20 nochmal eben. Hm, dauert ein bisschen, ne? Komm mal gleich damit. Wir müssen es herstellen, ne? Wir haben nichts hergestellt. Ist denn mein Typ mir schon wieder warm, oder was ist der hier so am Schnaufen? Nee, ich sehe hier keins. Wir haben nichts hergestellt. Oder alles verbraucht. Das kann natürlich auch sein. Ach nee, da sind Forged Iron. Zwölf haben wir hier noch. Warte, dann brauche ich nur noch acht. Zwölf hatte ich in die Küste gelegt. Das habe ich gerade vergessen. Ich bin schon hier draußen und warte. In passender Richtung, Nordwest. Und tippt schon ungeduldig mit dem Fuß auf. Woher weißt du das? Gedankenübertragung. Ich bin Meilen weit weg, aber ich weiß es genau. Guckst du links von dir? Ah, wo ist... Links von dir? Links, da. Warte, ich gebe dir mal das Eisen eben. Du bist nackt, ne? Mehr oder weniger, weißt du auch. Ja, weil dem war schon wieder warm. Licht hier. So. Jetzt habe ich aber alles und ganz wenig Plätze nur noch, wo ich Loot reinschmeiden kann. Aber eigentlich wollten wir sowieso nur... Dann machen wir uns ne Kiste da oder so und... Ja. Ich muss sie mir ja schon wieder mal ausziehen hier. Ich nehme nochmal eben ein bisschen... Ich nehme nochmal den Baum eben mit. Damit wir uns zur Not nochmal Woodframes herstellen können. Ich hab 50... Ich hab 50... 50 in der Tasche. 50 Frames? Okay, ihr habt 10. Ich hab 50 Frames und... Oh, Holz kann ich trotzdem mal mitnehmen. 37 Holz ist ja... Nicht so viel. Dann nehme ich mir das Bäumchen da. Das sieht nach ein Tausender aus. Ein Tausender Bäumchen. Ein Tausender. Oh, Gle. So, ich sehe unser Häuschen schon. Also fast halb Zeit. Wie lange habe ich gebraucht? Hat jemand gerade die Zeit erlaubt? Keine Elf Minuten. Jetzt sind es elf Minuten vierundvierzig. Aber du bist ja bestimmt erst nach vier, fünf Minuten losgelaufen. Aber du bist... Mein Bäumchen macht gerade ein Tänzchen und... Ach, okay. Ja, ich sehe dich. Also ich hab gesehen, wo der Baum umgefallen ist. Ja. Dann warte ich mal hier auf dich. Mal kurz neue angepflanzt und... Fertig. Ähm... Ist das hier nicht... Oh, ich bin ins falsche Haus gerannt. Ich muss dich auch mal einmal... Wo kommst du? Oder beschäftigst du dich damit als Zombie? Nein, ich wollte dich noch einmal gecheckt haben. Ähm... Wo bist denn du? Ich bin jetzt auf der Straße. Ist vielleicht am besten, ne? Wenn wir an der Straße folgen. Wer weiß auch, ob es hier sonst so einen tiefen Abgrund wieder runter geht. Ich warte mal eben auf den... Ach, guck mal. Da kommt eine Zombie-Tante auf dich zu. Nö. So, hier. Hups. Jetzt habt ihr einen von hinten gekriegt. Hier wird unsere alte Mime als unser Haus angezeigt. Das ist natürlich auch geil. Dann war es doch das richtige Haus. Warum ist das Haus denn abgeschlossen? Wie, das Haus ist abgeschlossen? Das Haus ist abgeschlossen. Dann nimm die andere Tür. Also, ich bin mir sicher, dass das das richtige Haus ist. Du kommst nicht rein, oder was? Ja. An unserer Mine ist noch ein anderes Haus, ne? Das weißt du, ne? Das ist nicht unser Haus. Direkt an der Mine war ein Haus und das ist nicht unser Haus. Genau. Oh nein, dann wird mir jetzt unser Haus nicht angezeigt. Ne. Ist ja auch klar, weil ein Schlafsack hier liegt. Hatte ich nicht noch einen da liegen lassen? Der ist aber quasi gleich um die Ecke. Da wird hier doch nicht angezeigt, der Schlafsack. Du kannst nur einen Schlafsack im Spiel haben. Das war aber noch nie anders. Ah, da hinten noch ein Stück weiter. Ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß wo. Ja, hast auch recht. Ich bin nicht, ich bin, oh, Fehler. Ich bin gespannt, ob wir hier gleich 200 Meter tief runterfallen oder nicht. Ich habe gar keinen Bogen parat gehabt. Ich habe feuchte Füße. Ich habe 1% Lass für mich. Solange es nur die Füße sind. Also mehr feuchte Fußsohlen. Solange es nur die Füße sind. Ja, das sieht auch viel mehr nach unserem Haus aus. Aber ich glaube, hier geht es steil runter. Ah, da ist sie. Okay, alles klar. Die haben den Kotten neu gemacht. So. Die haben den Kotten neu gemacht. Oh, tatsächlich, die Baumwolle ist neu. Guck mal. Also, mit Eimer verlaufen bin ich jetzt an unserem alten Haus. Okay. Den Rückweg schaffe ich noch. Ach, denn eine Markierung auf das Haus. So, was war denn jetzt? Bier war auch laufen, ne? Nee, Bier war arbeiten. Kaffee war laufen. Wolltest du dir nicht vielleicht erstmal deine Stamina ein bisschen auffüllen? Oder wolltest du jetzt... Ich habe 88. Achso, das geht jetzt. Achso, okay. Du links ist rechts, oder? Nee, lassen es zusammenbleiben wegen Hunden, würde ich sagen, oder? Ja, aber dann würde ich auch meinen, hier gehen quasi jede zweite Straße. Und da ist Ende, das heißt hier, wo die Tante da rumläuft. Hier gerade durch, weißt du? Hier. Und dann gucken wir, dass wir... Die Zombies ignorieren wir, wir laufen erstmal. Ja, ich muss aber Stamina sammeln. Ja, aber du brauchst sie doch nicht draußen und nicht neben dem Zombie stehen zu bleiben. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Du hast doch aber eben Ausdauer gesammelt, oder nicht? Ja, jetzt kann ich auch laufen. Ah, weil hier jetzt stehen bleiben, nur wenn es muss. Das war ja auch eine blöde Nuss, die habe ich ja gar nicht gesehen. Jetzt friert mein Charakter wieder, ich höre das schon. Okay, versuchen wir einen Buchladen, ne? Ja. Links ist ein Shotgun-Store, den suchen wir nicht. Hinten rechts, glaube ich, sehe ich auch noch einen Laden, aber der ist zu hoch beim Buchladen. Da vorne, da? Was ist denn das? Ganz hinten. Geradeaus, meinst du? Mhm. Was ist denn das? Das ist doch offen. Das könnte eine Bank gewesen sein. Könnte, ja. Oh, Spider-Zumming, okay. Hier fehlt auch eine Wand, hier stimmt doch was nicht. Guck mal, reicht's? Uh, Moment. Da stimmt auch was nicht, da ist ein Spucker. Vorsicht. Zwei, zwei. Wo bist du? Ah, du bist vollkommen. Hinter dir, Spider. Moment. Und? Und? Ich nehme mal meinen... Na, nee. Ah, wo weckt er? So. Jetzt können wir wieder. Okay, wollen wir erstmal hier an die Kante. Wir sind auch ein bisschen, ein bisschen abstecken. Hinter dir ist Biene, ne? Solange du das weißt, ist alles gut. Ja, man hört sie nicht, ne? So, hat jemand noch extra Wünsche, was ich mitbringen soll? Außer... Was ich so gar nicht mag. Nö, was du so denkst, was wichtig ist. Das ist halt auch ganz geil. Und? Noch ein Hund? Wo denn? Auf mich. Oh shit, ich hab ne Blutung. Shit. Ah, verdammt, zu spät gesehen. Ich hatte die ganze Zeit über ne Blutung, glaube ich. Ich bin tot. Mhm. Das gibt's doch gar nicht. Ich auch. Ich hab auf den Hund draufgeschlagen, nichts passiert. Und der beißt mich die ganze Zeit im Sekundentakt. Das gibt's überhaupt nicht. Nö, da hat Xyra ja einen erfolgreicheren Ausflug gehabt. Ja, aber das ist auch doof, weißt du? Wenn du nicht mal mehr die Schlagreichweite hast, wie der Hund eine Beißreichweite. Wie willst du da dann ankommen, ne? Da hast du ja nur die Knarre und die war gerade alle. Das heißt, ich... Ein einziges Problem. Erstmal Zeug suchen. Ich hol mir jetzt erstmal mein Zeug wieder. Wolltest du mitkommen? Äh, was? Ja, auf jeden Fall. War mal Rutenklapp. Ich hab das ja alles im Rucksack. Aber der hat mich dreimal gebissen und ich hab ihn dreimal geschlagen. Ja, Moment. Kein Name, mein Nachschläge ist angekommen. Sekunde, ich nimm uns noch Scrub Iron mit. Ich mach uns gleich... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich mach uns zwei neue Tüppel gleich. Ah, wo? Mhm. Okay. Ja. Iron Green Force, passt. Was haben wir seedtechnisch da drüben? Seedtechnisch? Verstehe ich nicht, die Frage. Ja, also Korn... Also haben wir noch Mais? Ach, du meinst von den Sagen spricht sie englisch. Entschuldigung. Ich kann auch Samen sagen. Hier hat Samen gesagt. Ich sag genau, deswegen hab ich's nicht gesagt. Ich soll nicht aufpassen, was ich sage. Ach, guck mal. Ich wurde schon gefragt, ob es Bett so schlecht geht, dass ich Notstand habe. Du kannst ja nichts für die schmutzigen Gedanken der anderen. Ach, wo bist du denn jetzt? Vor der Haustür. Ach so, ich auch. Aber schon etwas weiter. Also ich laufe nur in Richtung Rucksack jetzt. Dann laufe ich ja auch. Also ich hab mich jetzt ganz voll geschmissen. Ich komm jetzt zurück und schaffe es hoffentlich heil. Ich find das sehr rücksichtsvoll, dass du extra... Also nachdem du drei Folgen... Also du musst dir mal die Kommentare bei mir durchlesen, ne? Ich? Ich dauerfeuchtes Xyra und was da alles stand. Und ich kann den Jungs nicht mal wieder sprechen, ne? Das war denn aber, als es geregnet hat. Da war ich feucht. Also nass. Das bleibt ja auch nicht aus, dass man da ein wenig feucht wird. Richtig. Wenn es regnet. Ich finde das nicht gut. Ihr bringt mich in Erklärungsnot. Absolut nicht. Das machen deine Abonnenten. Oder so. Ja. Weil es ist... Also was man den Hund jetzt eben... Das ist natürlich ärgerlich, ne? Echt? So, absolut. Da könnte ich ihn doch schon wieder hauen. So, Abo. Ich stelle uns jetzt jedem einen Knüppel her. Du bist schon weitergelaufen, ne? Ja, du bist vor mir irgendwo. Oh ja, wenig Tatsache. Ja, ich musste stehen bleiben. Ich habe noch gecraftet eben. Ich stelle uns jetzt zwei Iron Reinforced Clubs her. Und für jeden nochmal, ich glaube, zwei Bandagen oder sowas. Das könnte ja durchaus sein, dass sie auf dem Weg wieder verbluten. Nein, ich habe... Ich hatte, glaube ich, vorher einen abgekriegt. Weil der dürfte jetzt so viel nicht gekostet haben. Ich habe da nicht drauf geachtet. Na, ich habe es halt gesehen, ne? Du kriegst dann immer jetzt diese Blutanzeige, wenn du getroffen wirst. Und von daher habe ich das dann sehr deutlich... Lauf noch nicht rein, ne? Rein laufe ich nicht. Ich laufe nur bis zu meinem Rucksack. Dann bist du ja automatisch schon in der Stadt. Willst du keinen Knüppel haben? Willst du da ohne rein? Ich habe noch einen Knüppel. Also immer im Rucksack ist so einer. Wenn du das Leben bis dahin schaffst, ist es in Ordnung. Jetzt bist du irgendwie ziemlich weit rechts um dir. Also mein Rucksack liegt woanders. Ich weiß nicht, wo du hinläufst, aber du bist ja rechts um mir jetzt. Ja, ja. Ich habe ja auch ein bisschen länger gelebt wie du. Wo willst du denn da hingelaufen sein? Du bist außerhalb der Stadt jetzt. Aber mein Rucksack wird mir da angezeigt. Ne, ich laufe jetzt nicht in die richtige Richtung. Wo bist du denn? Du bist doch links von mir. Was willst du denn? Ich habe gerade keine Ahnung, wo du bist. Ich bin rechts von dir. Weil wenn du links von mir bist, dann bin ich rechts von dir. Ah! Und? Backwater ist rechts von mir. Und? Ja. Lenk ihn ein bisschen ab. Keine Chance. Der kann weiter beißen, als ich schlagen kann. Ja, sag ich doch eben. Vergiss es. Ich sammle jetzt Federn und Bogen und ich gehe erst wieder in die große Stadt mit einer Shotgun. Also ich gehe da nicht nochmal rein jetzt. Ich lasse den Rucksack da einfach liegen und dann ist gut, dass es zwar alles drin lasse ich an Werkzeug hatte, aber ich stelle mir das lieber neu her. Das ist einfacher. Nein, mein Rucksack, den, hallo Brandy. Mach das, ich gehe da nicht nochmal hin. Ich habe jetzt 85 Wellness nur noch und bei 60 brauche ich gar nicht mehr Auslüge zu machen. Was ist das denn? Ja, mich beißt jetzt gerade auch ein Hund in den Hintern. Den habe ich nicht mal gehört. Den habe ich jetzt nur gespürt. Und tot. Das ist gut. Das macht jeder mal mit den armen Hunden. Das kannst du, wenn ich es jetzt auch lassen. Ich habe den nicht gehört. Ich habe den nur gespürt. Das war, ging plötzlich so. Und dann kam noch einer und dann war ich tot. Da kannst du ja nichts machen, wenn du die Hunde nicht mal hörst. Das ist ja, die Pfandpimps, die machen halt nur irgendwie Blödsinn momentan. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen am Meckern. Hatte ich uns noch gar keine Stahlwerkzeuge hergestellt? Doch, oder? Warte mal. Weil ich hatte nämlich gar kein Stahlwerkzeug. Ich hatte nämlich gar kein. Ich stelle uns jetzt erst mal Stahlwerkzeug her. Obwohl, können wir nicht. Uns fehlt Clay. Und zwar richtig viel Clay fehlt uns. Haben wir da nicht noch eine Pistole? Doch, da haben wir Clay drin. Da haben wir Clay drin. Ach, jetzt weiß ich ja gar nicht. Ich kriege ja beide Rucksäcke gar nicht angezeigt, ne? Ich kriege ja nur einen Rucksack angezeigt. Ja, nein. Naja, aber den anderen, den ich noch nicht aufnehmen konnte, den kriegst du nicht mehr. Den kriegst du nicht mehr. Den müsste da irgendwo liegen. Den hätte ich mal vorher markieren sollen. Ach so, ja klar. Und das, ganz ehrlich, nur wegen so einem Blödsinn. Aber wir haben... Wir haben, äh, 23 Minuten. Entschuldigung, jetzt mach ich mal so. Ja. Wir haben... Wir haben vier Tode in 23 Minuten. Das muss uns erst mal jemand nachmachen. Ähm. Jetzt übermachst du nächste Folge mit und dann willst du einfach weiterleben. Nein, ich lebe weiter. Oh, ich glaube, ich sterbe gleich. Das, das... Woran? Was? Warum? An einem Hund. Echt? Also, ich weiß noch nicht, ob er mich... Cliffhanger, Cliffhanger. Cliffhanger, 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 Cliffhanger. Und ich kann nicht mehr laufen. Cliffhanger. Okay, schaltet... Schaltet die nächste Folge wieder ein, wenn ihr sehen wollt, ob Xyra den Hund überlebt oder nicht. Ich hab auch alles dabei. Ich hab auch. Ich hab ja... Zu spät, ich hab ihn überlebt. Ich wollte eure Zuschauer jetzt nicht im Nachteil lassen. Aber ich bin auf der Flucht und ich weiß nicht, ob ich es schaff. Du bist auf der Flucht. Ja, sie ist auf der Flucht. Ich muss sie irgendwie... immer drüber reden, wie so ein Cliffhanger funktioniert. Weißt du? Okay. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann auch nicht mehr. So, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.